Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Star Dew Valley. Wir haben Dienstag, den 16. Sommer und wir werden heute Blaubeeren ernten und verkaufen aus unseren Stoffvorräten, Kleidung schneidern, Gegenstände, kraften, angeln und heute möchte ich Hayley endlich einen Heiratsantrag machen. Ja liebe Leute, es wird ein wundervoller Part, also los geht's. So, was sagt denn der Wahrsager zum heutigen Tag? Die Geister fühlen sich heute neutralgesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen, okidoki. Also weder Glück noch Pech heute. Hey, ein Brief. Hi Huxel, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf. Gezeichnet Jodie. Standarddünger, danke schön, sehr sehr freundlich. So, jetzt ist die große Frage, kann ich wirklich ernten heute? Ja, kann ich, sehr schön. Gut, das wird ein bisschen dauern, ihr kennt das ja schon. Trotz Espresso sind wir mit der Ernte einige Zeit beschäftigt. Aber es lohnt sich. Wir kriegen viel, 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 viel Geld. Ich weiß übrigens noch gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Also ich weiß gar nicht, was ich mir als nächstes kaufen sollte. Wir könnten uns zum Beispiel ein Schweinchen besorgen. Oder ein Häschen, in der Hühnerstall fertig ausgebaut ist. Oder wir bauen mehr Gebäude. Ja, irgendwas finden wir schon. Notfalls verbrennen wir das Geld einfach. Okay. Glaube, die Hälfte haben wir gleich. Joa, jetzt ungefähr, ne? Oder haben wir schon mehr als die Hälfte? Ne, wir haben schon mehr als die Hälfte. Ich werde die Blaubeeren auch wieder bei Pierre direkt verkaufen. Also ich packe die jetzt nicht in die Versandkiste. Weil ich das Geld heute gar nicht brauche. Na egal, machen wir trotzdem. So, zwei Reihen noch. Beziehungsweise ein bisschen weniger. Oh, die Hühner warten schon. Ja, ich sag euch gleich guten Morgen. Keine Sorge. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Okay, gleich haben wir es. Mann, 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 Mann. Das hat hier wirklich lang gedauert. Wie beim ersten Mal natürlich. So, das war's. Sehr schön. Ich glaube, ich habe alles erwischt, ne? Habe ich jede Blaubeere gepflückt? Ja, habe ich. So, mal eben diese Reusen hier wieder auffüllen. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, Eisenbarren ohne Ende. Guten Morgen, Anni. Erstmal Hallöchen. Ja, ich habe dich nicht vergessen. Keine Sorge. So, ich will mein Inventar noch ein bisschen aufräumen. Kann ich noch was einlagern? Ach, die Kiste ist halt leider voll. Moment, 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 Moment. Ich könnte hier mal das Harz rausnehmen. Dafür packe ich mein restliches Holz in die Kiste, genau. So, dann kommt hier der Dünger rein und das Harz. Ja, zumindest ein bisschen ordentlicher ist es jetzt. In meinem Inventar, meine ich. Ja, der Müll kommt einfach hier rein. Ach so, ich brauche heute auf jeden Fall das Meerjungfrauen-Amulett. Ich brauche Stoff. Und ich brauche... ...weitere Gegenstände für die Nähmaschine. Was nehme ich denn mal mit? Für die Hühnerstatue vielleicht? Weiß ich nicht. Eine Eichel, meinetwegen. Tja, keine Ahnung. Ilze? Nee. Eine Kokosnuss? Nee. Eine Frühlingszwiebel. Eine Kaktusfrucht. Vielleicht noch ein Artefakt. Ich hatte doch irgendwo so einen Zwergenhelm. Genau, die nehme ich auch mit. Vielleicht was zu essen. Ja, hier so ein Bergarbeiter-Leckerbissen. Nehme ich auch mal mit. Ja, keine Ahnung. Und noch irgendwas. Wir sammeln gleich... ...weiter Gegenstände ein für die Nähmaschine. Aber erst einmal geht's in die Höhle. So, haben wir hier irgendwas? Hey, schon wieder so eine fette Ausbeute? Gibt's doch gar nicht. Gestern habe ich schon so viel gekriegt. Eine Orange und ein Pfirsich, wie jeden Tag. Heute können wir auch wieder im Gewächshaus ernten. Da bin ich mir recht sicher. Oder? Jo, sehr schön. Hey, nice. Eine uralte Frucht. Es gibt direkt wieder Saatpäckchen. Hoffentlich drei Stück. Das wäre ideal. Ja, Leute. Heute sind wir nur mit Ernten beschäftigt. So ist das. So ist das Leben auf dem Bauernhof. Auf dem Kolibierhof, um genau zu sein. So, und? Oh, zwei Päckchen. Na, immerhin. Okay, eins, zwei. Das war's. Na dann. Auf in den Schuppen. Ist hier irgendwas fertig? Nö. Was? Gar nichts heute. Dadurch, dass die Fässer so ein bisschen länger rödeln. Gibt es hier gar nicht so viel zu tun, jeden Tag, ne? Okay, okay, okay. Dann kommt der ganze Kleiderradatsch hier in die Kiste. Aber wisst ihr was? Ich nehme eine Erdbeere mit. Und eine Kirsche, genau. Auch zum Schneidern. Ja, irgendwas Gutes kommt schon dabei raus. So, guten Morgen zusammen. Hallöchen. Habt ihr gut geschlafen? Ich hoffe, ja. Oh. Ich liebe euch alle. Ihr seid so süß. Da haben wir sogar noch mehr Stoff. Eins, zwei, drei, vier. Mal Milch für die Käsepressen. Okay. Dann geht's noch kurz in den Hühnerstall. Ihr kennt das ja schon. Wie jeden Tag. Ein bisschen Routine muss sein. Ein Leben auf dem Bauernhof bedeutet eben auch Arbeit, ne? Oh, Robin arbeitet. Ja, soviel zum Thema Arbeit. Sie arbeitet auch. Sei geduldig. Ich habe immer noch eine Menge zu tun. Ja, ja. Zackig. Zack, zack. Okay, dann will ich auch nicht weiter stören. Wem habe ich denn noch nicht guten Morgen gesagt? Dir habe ich noch nicht guten Morgen gesagt? Caroline. Caroline steht in der Ecke. Ist da unten noch jemand? Yo, Hallöchen. Malte. Okay. Ey, lasst mich mal raus, bitte. Hauptsache, sie blockieren mich. Gut, dann verticken wir... ...einige unserer Produkte. Hier, das, 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 das. Das. Wobei, die beiden Sachen behalte ich mal. Vielleicht können wir da noch was draus schneidern. Ich brauche jetzt neun Gegenstände zum Schneidern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ich habe auf jeden Fall genug dabei. Okay. Gut, liebe Leute, dann geht es jetzt aber erst mal zu Pierre. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wie viel Geld wir heute machen. Ich sage mal, wir landen am Ende bei 50.000 G. Aushilfe gesucht. Hallo, Robin hier. Kannst du mir 35 Stück Holz bringen? Und zwar frisch, also heute gesammelt. Dankeschön. 280 G bei Lieferung. Nehmen wir mal an. Sollte grundsätzlich drin sein. Jo, gib mir dein Geld. Zack, und? Boah, bei 64.000 sind wir sogar gelandet. Nicht schlecht. Hast du irgendwas Nettes im Angebot? Nö, ne? Könnt ihr den Katalog hier kaufen? Ich glaube, den kaufe ich sogar. Bringt dir unlimitierten Zugriff auf alle Tapeten und Böden. Wollt euch das mitnehmen, das Ding? Ist mal was Besonderes, ne? Wisst ihr was? Gekauft. Sehr schön. Dann können wir unser Haus ein bisschen weiter ausgestalten. ran an die Nähmaschine. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also, Stoff und eine Kirsche. Was kommt dabei raus? Oh la la. Eine Rose, ne? Okay. Wie wäre es mit dem zwergischen Helm? Hey. Okay, das ist ein Helm, den ich wirklich tragen kann. Nice. Was ist mit dem Bergarbeiter-Leckerbissen? Nein, nicht wegschmeißen. Hey, noch ein Helm. Oh nein, so ein kleiner Propellerhut. Oh, wie süß. Oh, was ist mit der Erdbeere? Da gibt es eine Hose anscheinend. Okay, ich kriege nur Hosen heute. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Oberteil wahrscheinlich. Das ist ja mit der Heichel. Hey, noch ein Hut. Oh, das ist so eine Mütze. Okay. Tja, 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 tja. Dann nehmen wir Ziegenkäse. Da gibt es ein Shirt. Gar nicht mal so hübsch. Dann das Artefakt hier. Auch ein Shirt. Und Entenmajolese. Noch ein Oberteil. Oh, nice. Aquamarines T-Shirt. 80er T-Shirt. Oh la la. Pharma-Hosen. Gemütlich und langlebig für lange Schichten auf dem Feld. Färbbar. Locker geschnittene Hose. Beanie. Ja, sieht auch ganz nett aus. Dieser Propellerhut ist halt geil. Der ist schon super gut. Den zwergischen Helm finde ich auch ganz nett. Oder Zwergenhelm. Jo, erstmal mit dem Propellerhut rumlaufen. Ist Hayley denn da? Hayley läuft hier nirgendwo rum. Wo ist sie denn? Dienstag. Wo läuft die dienstags rum? Keine Ahnung. Ist die vielleicht oben? In der Nähe des Brunnens? Tja, wo ist Hayley? Gute Frage. Nächste Frage. Oder ist die vielleicht am Strand? Könnte auch sein. Ja, wir schauen einfach mal. Ich bin nicht ganz passend für den Heiratsantrag gekleidet, ehrlicherweise. Aber sie nimmt mich so, wie ich bin, glaube ich. Hoffe ich. Vielleicht sagt sie auch nein. Wobei ich mir recht sicher bin, dass sie ja sagt. Aber man weiß ja nie. Jo, hier waren wir auch lange nicht mehr, ne? Können wir eigentlich auch mal eben Hallo sagen. Hallo. Was hast du denn im Angebot? Köder, Forellensuppe, Krabbenhäusen. Jo, 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 jo. Bleifischköder. Hütt Gewicht zur Fischleiste hinzu und verhindert damit, dass sie im Grund herumspringt. Super gut. Ambusstange, Übungsangel. Großes Aquarium. Ach, her damit. Nehmen wir jetzt Aquarien mit. Angler-Doppelbett. Nö. Hauptsache Aquarien. Tja. Oh, ein getrockneter Seestern. Sehr schön. Wo ist denn Hayley, Leute? Wo läuft Hayley rum? Du bist nicht Hayley. Ja, vielleicht ist sie inzwischen ja schon wieder zu Hause, ne? Kann auch sein. Nö. Ja, aber irgendwann muss sie ja nach Hause kommen, ne? Ah. Oder. Sie ist am Eisstand. Das könnte auch sein. Da steht die im Sommer ja öfter mal rum, ne? Ah, tatsächlich. Hayley. Meine große Liebe, möchtest du meine Frau werden? Oh mein Gott, sie hat ja gesagt. Ich bin so glücklich. Es ist genau so, wie ich es mir erträumt habe. Du mit einem Propellerhut. Oh nein, wie süß. Küssen die sich oder umarmen die sich nur? Aber es ist auf jeden Fall mega niedlich. Oh. Super, super sweet. Okay. Bald bin ich verheiratet. Gut, ich wollte heute auch noch ein bisschen angeln. Fangen wir mal noch so ein paar Fische. Ja, und wir schauen uns noch diesen Katalog an zu Hause, ne? Wir angeln jetzt einfach mal bis, weiß ich nicht, 20 Uhr, dann geht's nach Hause. Endlich mal wieder entspannt angeln. Endlich mal keinen Stör angeln müssen. Hey, ein Thunfisch. Und mein Angelgerät ist kaputt. Fantastisch. Ich finde übrigens, Willy sieht so ein bisschen demotiviert aus beim Angeln. Vor allen Dingen hat er seine Angel gar nicht richtig weit ausgeworfen. So, Moment. Die Schatztruhe nehme ich natürlich mit. Hey, eine Flunder und ein rostiges Zahnrad. Vielleicht fangen wir ja noch irgendwas Spektakuläres. Oh, noch eine Schatztruhe. Okay, eine Rotbarbe und... Ey, ein Dinosaurier-Ei. Ein riesiges Dinosaurier-Ei. Die Schale ist noch komplett intakt. Sehr, sehr cool, dass ich das gefunden habe. Warum, sag ich euch gleich, wenn wir wieder zurück auf dem Hof sind. Vielleicht gehen wir doch schon früher in Richtung Hof, so gegen 19.30 Uhr. Okay, der ist schwer zu fangen, was auch immer das ist. Was ist das denn für ein Kavinsmann? Alter Schwede, eine super Seegurke. Cool. Sehr, sehr super. Tja, Willy. Bei mir läuft's. Ich glaube, der hat noch gar nichts geangelt, ne? Steht einfach nur so rum. Okay. Okay. Okay, das ist doch nochmal eine super Seegurke, oder? Kann das sein. Fühlt sich sehr super Seegurkig an. Auf jeden Fall auch wieder extrem schwer zu fangen. Was auch immer es ist. Hey, tatsächlich. Noch eine. So, ich würde sagen, letzter Fang für heute. Und, oh, ein Heilbutt. Hatten wir schon mal einen Heilbutt? Ja, hatten wir schon mal, ne? Joa, langsam gehen alle nach Hause. Ach, immer diese Sommerabend-Vibes. Ihr wisst ja, wie sehr ich das liebe. So, jetzt wird verkauft. Den Seestern, den behalte ich. Die Flunder kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Eisenerz behalte ich. Seetan kann weg. Die Seegurke behalte ich. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Oh, der Katalog kommt hier ins Haus. Vielleicht schauen wir uns den auch erst morgen an. Hauptsache, wir haben das Ding schon mal. Ach so, die Kleidung muss natürlich auch ins Haus. So, ich wollte noch ein bisschen was craften. Und zwar hätte ich ganz gerne noch mehrere Einmachgefäße. Wir haben so viel Kohle. Ich sollte ein paar herstellen. So, die kommen natürlich hier hin. Dann sollte ich vielleicht noch irgendwas reinwerfen. Okay, sehr schön. Dann entferne ich mal alle Oktopusse aus dem Teich. Ich werfe jetzt hier einfach mal diese Superseegurken rein. Die sehen irgendwie cool aus. Ich brauche auch noch mehr Fischteiche. Okay. Was will ich im Oktopusteich liegen? Ich dachte, das wäre jetzt... Ach so, ah. Leerer Teich. Genau, ich muss das erstmal auswählen. Jetzt ist es ein leerer Teich. Jetzt schmeiße ich die Seegurke da rein. Zack. Kann ich mehrere da reinschmeißen? Ja, kann ich. Okay. Dann sollten die sich ja irgendwann vermehren. So, jetzt kommen wir zum Dino-Ei. Ich habe nämlich in den Kommentaren gelesen. Oder über die Kommentare gelernt. Dass man so ein Dino-Ei ausbrüten kann. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Jo, dann... Räumen wir unser Inventar noch auf und dann war es das für heute. Ja, ich bin gespannt. Eben das Angelgerät hier dran machen. Genau, die Aquarien packe ich in meine Butze. So, was für ein schöner, produktiver Tag. Und Hayley und ich, wir heiraten. Das ist natürlich das Beste. Wer hätte das gedacht? Am Anfang haben wir uns so gehasst. Oder eher gesagt, am Anfang hat sie mich so gehasst. Und heute lieben wir uns. Mann, 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 ne? Dieser Propellerhut, der ist so gut. Ich liebe den. Die Aquarien können wir mal hier oben hinstellen. Die passen perfekt hier hin, ne? Mega gut. So, eben das Fenster da weg machen. Boah, sieht super schön aus. Okay. Mal eben das Fenster in die Kiste räumen. So, liebe Leute, wie wird denn das Wetter morgen? Hoppala, falscher Menüpunkt. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Na dann ab ins Bettchen. Das war der sechzehnte Tag im Sommer, Jahr 2. Der sechzehnte Tag schon. Bald haben wir Herbst. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.